Mein lieber Herr Gislason, jetzt Butter bei die Fische, bei uns gibt es keine, es könnte sein, Sie müssen sich hier festlegen, wer sind Ihre Top 4 in dieser kommenden Liqui Moly Bundesliga-Saison, wir fangen an mit Platz 4, wer schifft auf Platz 4 ein? Ich würde Berlin sagen, Füchse Berlin. Damit, glauben Sie, wäre man in Berlin zufrieden, Bob Hanning dann nicht traurig und beleidigt, Platz 4 ist in Ordnung. Er selber hatte sich auch auf Platz 4 übrigens hier in der Union gegriffen. Also ich glaube, dass sie nicht mit 4. Platz zufrieden wären, weil die auch eine Mannschaft haben, die ganz oben landen könnte, aber die Dichte da an sehr guten Mannschaften und auch diese Mannschaften haben sich auch in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt, dann würde ich die trotzdem auf 7, ne auf 4 einstufen. Dann gehen wir auf Nummer 3, es wird etwas dünner an der Spitze, wie man so sagen kann. Ihr Platz 3 für die kommende Saison? Das würde ich Flensburg-Handwig nennen. Das ist interessant, weil eigentlich für viele andere Experten der absolute Meisterfavorit. Warum nicht Flensburg, weil Sie sie nicht finden? Ich glaube, die sind sehr gut aufgestellt, auch sehr, wie Pascal vorhin gesagt hat, sehr gut, gute Leute verpflichtet haben, aber das ist immer die Frage, wie schnell finden die sich zusammen. Auch mit einem neuen Trainer, der auch sehr, sehr gut war bis jetzt hier in Dänemark, aber das muss er erstmal einspielen. Und jetzt die Frage aller Fragen, bleiben ja eigentlich nur noch zwei. Entweder der amtierende Meister, der es schafft, den Titel zu verteidigen, oder der Champions-League-Sieger Magdeburg oder der THW Kiel. Wen setzen Sie auf 1 und 2? Ja, also beide haben ähnliche Probleme, aber mit Leistungsträgern, die verletzt sind. Und ich würde sagen, dass auf Platz 2, nach dem Abgang von Landin und Sargosen, THW Kiel wäre. Die werden vielleicht, meine Kollegen, alten Kollegen in Kiel nicht zufrieden sein mit diesem Tipp, aber das würde ich schon eher einstufen. Aber da droht, glaube ich, trotzdem kein Hallenverbot, wenn Sie nach Kiel kommen, glaube ich nicht. Als Bundestrainer sowieso nicht. Wer so erfolgreich als Trainer dort gearbeitet hat, wird wahrscheinlich auf Lebenszeit in die Halle dürfen. Und dann bleibt am Ende des Tages der Champions-League-Sieger, der das Ding ihrer Meinung nach in Deutschland rocken wird. Magdeburg auch übrigens dann hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, regelmäßig bei BILD TV am Sonntag im Topspiel zu sehen. Heute erstmal ab 14.30 Uhr gehen wir in die Halle nach Baling, wo der THW Kiel ist. Wir machen vielen Dank, Herr Bundestrainer, für diesen Tipp. Den holen wir aller spätestens am letzten Spieltag dann noch einmal raus.